Kekse, Kekse. Ich nicht. Noobs. Oh, da ist ein Rotten Flash. Wie macht man sich Kekse, Leute? Du brauchst Weed und Weed. Aber das benutze ich meistens eher zum Kiffen, deshalb bist du auch eher ziemlich wenig dann. Ich hole mir mal so ein paar Samen. Das wird teuer. Ah, scheiße. Ich brauche unbedingt was zu essen. Ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass man am Anfang ein bisschen verreckt. Wir sind noch in der Kiste. Nee, du bist raus jetzt. Ja, egal. Dann bin ich ein passiver Unterstützer. Ist mir doch egal. Er will doch nur reden. Ich will doch nur spielen. Er will doch nur freuen. Alter, hier ist weit und breit kein Tier. Abartig. Da hast du irgendwie alle getötet, ohne wie ich da verstoppend bin. Es wolle. Oh, Pilze. Pilze. Oh, ich habe ein Ei. Toll. Ich habe Pilze. Ich habe Pilze. Oh. Ah, hier ist ein Huhn. Sehr schön. Kann es sein, dass das das Hardcore auch runterstellt, wie viele Viecher es gibt? Keine Ahnung. Könnte ich mir gut vorstellen. So als ich wieder Entwickler ist. Aber ich... Ah, schon mal. Boah. Gott sei Dank. Ja. Was zu essen. Ich habe auch was zu essen. Aber ich habe es gleich mal vergiftet, weil ich das Rohr gegessen habe. Ach ja. Du blöder Squid, du kann man dich nicht essen. Blöder Octopus, im echten Leben kann ich dich auch essen. Octopus lief. Da schmeckt es sogar gut, man. Scheiße, man. Hau ich die Kohle weg, was ist da drunter? Erstmal so eine Riesen-Schlucht. Ja, lecker. Lecker. Jam, jam, jam. Ich glaube, Essen ist eins von den größten Problemen. Ja, am Anfang zumindest jetzt noch. Bis wir dann unsere Farm dann aufgebaut haben. Also ich habe ja schon mal vier Samen. Bewegen die sich auch? Nee. Also wenn wir wollen, ich habe eine Riesenschaferde gefunden. Geil. Und ich habe ein Skelett gefunden. Beziehungsweise es hat mich gefunden. Eine Spinne. Tschüss. Ich finde gerade so viel Essen, dass ich mich am Leben halten kann, aber meine Hungerbarkeit nicht vollkriegt. Das ist total behindert. Ja, ich suche gerade nach roten Pilzen. Und ich hoffe, ich finde euch noch. Nämlich, ich bin hier einfach irgendwo langgelaufen. Ich habe mir einen Wegpunkt gemacht. Also sowas. Ich habe die nicht Cheater. Drinne. Ja, tut mir leid. So ein Cheater, ne? Ich bin halt... Sterben und dann auch noch cheaten hier. Ja. Unglaublich. Als erstes Sterben. Habe ich eigentlich Rechte? Dann fliege ich gleich mal eben kurz so ein paar Meter. Nichts kriegst. Einen Arschtritt bekommst du. Eine Astrid. Eine Astrid. Eine Astrid. Eine Astrid kannst du auch bekommen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht ist irgendwer unter den Abonnenten, die was Astrid heißt. Ich habe ein Ei gefunden. Vielleicht sponnt er ja ein Küken raus. Ja, es hilft dir nichts. Aus einem Küken kriegst du nichts. Richtig. Wenn ich dich deprimieren möchte. Ich ziehe das groß. Mit meinem ganzen Essen, was ich im Inventar habe. Ich habe große Hühnchen gefunden. Aber ich finde hier gerade ein paar Hühner. Ich habe jetzt fünf Fleischkollen. Weißt du, was ich mich gerade frage? Ich frage mich gerade, wie ich hier leben, wie da runterkomme. Oh, Schweinchen. Komm zu Onkel Papa. Ich habe ein Schwein. Sind da noch mehr? Du hast Schwein, du so. Da sind rote Pilze. Ja, vier Schweine. Vier Schweine. Die Roten machen doch die besten Hallus, oder? Äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann ich daraus Suppe machen. Ich kann jetzt Kakao. Ich habe einen Huhn. Wo ist mein letztes Schwein hingepackt? Da unten sind noch mehr Schweine. Ich habe noch mehr Schweine. Mehr Schweine? Dann züchte die aber mal. Ich habe jetzt sechs Steaks schon. Ich muss die Nummer kochen. Ich habe nur noch zwei Hetzen. Scheiße. Boah, das ist ja ganze Schweineherde. Ich habe nachher gleich einen Steak, glaube ich, an Essen. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Nee, nee. Da ist so viel. Ich muss euch erstmal wiederfinden. Aber hier sind mega viele Schafe nur. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe auch keine Ahnung, wo ich hingelaufen bin. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung. Einigermaßen. Da müssen wir gleich erstmal Koordinaten abchecken, und so wahrscheinlich ist es bald. Ja, klar. So, ich habe jetzt vier Suppen gemacht. Vier Suppen? Das ist toll. Ja. Aber du kriegst nichts davon. Glaube ich. Ich schlag mich jetzt alleine durch. Fickt euch. Ja. Viel Spaß. Ja. Werde ich haben. Macht forever alone. Ja. Ich könnte mich ja mal besuchen kommen. Nö. Aber ich kriege nichts ab. Am Schluss tötet er allein den Endertrachen. Ja. Wer als erster fertig ist, ihr drei oder ich alleine. Was passiert nicht mit dem letzten Überlebenden? Wird der dann von der Gruppe ermordet? Komm, komm, komm. Bleibt Fleisch. Ich habe schon weit schicken Fleisch. Also, ich habe eigentlich schon irgendwie die Möglichkeit, unsere Herzen wieder aufzufüllen. Nein. Und ich muss mir auf jeden Fall abgewöhnen zu rennen. Muss ich auch. Ja, wenn ich zurückkomme und alle Schweine hier getötet habe, dann habe ich hier so viel Essen, dann kann ich dir ein bisschen was abgeben. Juhu. So ein bisschen länger. Ich habe schon wieder zwei Hühnchen. Aber es ist ja, dafür musst du bezahlen. Ich bin wieder beim Haus und ihr solltet auch so langsam mal wieder zurückkommen, weil es ja kein Hühnchen wird. Was für... Sag mir mal bitte die Koordinaten. Ich habe eine Katze gefunden. Minus 260 und 81. Lol, hier ist Laber an der Oberfläche, Leute. Spring bloß nicht rein. Was hast du für... Schon wieder Meerschweine, Mann! Meerschweine? Du sollst doch Schweine suchen. Meerschweine habe ich in Minecraft noch nie gesehen. Bring mal welche mit. Ja, ich... Gib mir einen Pokémon Ball, dann fange ich sie ein. Brauchen wir zum Kuscheln. Ich habe auch so schöne Pilze gefunden. Oh ja, ich habe auch einen Pilz gefunden. So. Aber wir brauchen Wied. Auf der Wied. Und Longpage. Nein! Nein, du Dreckschwein! Es ist in Lama reingehüpft. Es wollte nicht von mir verbreitet werden. Nee, das wollte dir direkt... Es wird lieber in Lama. Ach so, so dämliches Viech, Mann. Es wollte dir direkt dieses... Dieses Cooked Pork Chop geben. Oh nein, das ist leider verbrannt aus dem Fleisch. So, ich habe jetzt gleich meinen Stack. So, warte, ich komme. Boah, ich... Ich traue mich noch... Ich... Ich weiß noch nicht, wie ich zurückkomme, aber ich komme zurück. Ich werde euch nicht... Ein Stück... Ein Stück... Aber ich will ein Stack essen, Mann. Ey, ihr Noobs. Ist der Eingang, ey. Ich finde den Eingang nett. Ah, andere Seite. Jetzt laufe ich. Ja. Ich bin einmal schon unnötig außenrum gelaufen. Reicht, glaubst du, 40 Fleisch? Nee. Mindestens. Reicht nie im Leben. Ist total vergessen, direkt so. Ich glaube, das könnte mal ein bisschen reichen. Also kommst du mir aber nicht ins Haus. Oh, ja, ein Stackfleisch. Mein Hühnchen bewache ich mit meinem Leben. Es ist kein Gemüse im Haus. Man könnte sich auch fett machen, dann könnten wir die Zombies überspringen. Ja, du kannst doch braten, Pfeife. Komm, komm hier. Fress das doch nicht so. Ja, das war gerade saudämmlich von mir. Flachpfeife, du. Wie komme ich hier zurück? Es wird nachtig, aber Angst im Dunkeln. Ja, weißt du, wo du lang musst? Ich habe keine Ahnung. Koordinaten minus 268 und 70. Äh, ich mache mir mal ein Beet, ne? Ein Beet? Ja, ein Beet, wo wir... Nein, aber wo wir dann nachher halt was anbauen können. Hat jemand Wolle? Nö. Äh, nö. Scheiße. Dann werden wir die Nacht ja überspringen können, aber das war wohl nix. Ja, so viel Wolle haben wir eh nicht. Wenn ich das für fünf Minuten früher sagen soll, dann hätte ich meine Herde von Schafe umgebracht. Ja, ich auch. Ich bin ja auch an Schafe. Ja, ich auch. Weil ich laufe nicht hell. Aber wir haben irgendwie alle nur eins im Kopf Essen. Wir sind alles irgendwie verfressende Menschen. So. Mom, mom. Mom, mom, mom. Wow, ich habe volles Essen. Ja, ich auch. Aber nur zwei Herzen. Ja, ich habe ja gecheatet. Ich habe ja mittlerweile wieder acht. Hacker. Also irgendwie, ich weiß ja nicht, aber das Enderdrachen-Tötungserlebnis, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Aber wir müssen Folge 1000 oder so. Na. Wir können ja voll drauf hinarbeiten und so. Wenn wir nicht sterben dürfen. Eigentlich wärst du ja schon raus, Kollege. Ich weiß, ich helfe euch ja auch nicht. Er tut nur unser Essen essen, er hilft uns nicht. Ach so. Ich bin so ein passiver, total unnötiger Essensweckfresser. Passivverbraucher. Ja, so ein Anhängsel. Wie so ein drei Monate altes Kind, was der Mutter am Bein hängt. Wie so ein Schmarotzer an der Pflanze oder so. Ich sehe euch. Ja, da kommen wir schnell rein, lieber. Ich bin auf den Baumgipfeln. Ich weiß noch nicht, wie ich da runterkomme. Ich habe Wasser gefunden. Haben wir die Möglichkeit schon, unsere Hetzen aufzufüllen, irgendwie? Nee. Musst du bald erfinden. Aber ich bin da jetzt schon auf Höhe 19. Okay. Und wie viele Hetzen tut so ein Ding regenerieren? Zwei. Ach du Scheiße. Zwei? Das wird ja mega eklig. Ich dachte jetzt sowieso ein normaler goldener Apfel so. Ja, zwei. Nee, der Regenerierung ein bisschen mehr als zwei. Guten Abend. Ich mache mir jetzt eine Goldschwitzhacke. Ja. Warte, ich tu das Eisen raus. Hey, tu das Eisen bitte raus. Nein, nein, nein. Ich brauche aber drei Eisen. Guck, ich habe das Fleisch für dich. Magst du Fleisch? Ich brauche Eisen. Nein. Ich habe Eisen. Komm her, wie viel brauchst du? Ich habe vier Stück. Drei. Da, nimm. Ich mache mal ein paar Fackeln. Weil ich brauche nicht essen. Ich möchte mich endlich voll essen. Boah, ich ärgere mich so, wenn wir am Ende mehr Diamanten als Gold haben. Ich hätte gern Sticks. Danke. Halleluja. Jetzt gibt es gleich Essen. Verdammt. Egal, jetzt machen wir jetzt welche. Ich habe endlich Essen. Ich habe Gold gefunden. Sehr schön. Ich habe das Sticks. Du musst aber irgendwie mit einer Eisenspitzacke kommen, weil mit den Cobblestone-Dingern bei euch das Zeug nicht ab. Wo bist denn du? Ich bin da in deinem Gang. Ich bin auf 4.12 Uhr jetzt. Hallo. Hallo. Jo. Hallo. Hallo. Wie viel Gold ist denn das? Erzähl mir mal. Ja, ich brauche das gerade aus. Im Moment sehe ich zu weit. Wenn das nicht tausend Blöcke sind. Vier. Oh. Ich darf, ich muss dran denken, dass ich nicht zu hoch irgendwo runter springe. Ich werde, ich bring mich eh selbst um. So wie ich. Das ist eh die größte Geburt. So. Erstmal wieder in die Mine gehen. Hast du mir eine Eisenspitzacke mitgebracht? Hätte ich haltet? Äh, nee. Nein. Hätte ich mal fragen können. So, vier Gold. Könntest du mir vielleicht eine Eisenspitzacke mitbringen? So, ich habe gefragt. Wir brauchen keinen Apfel, aber wir brauchen, wir haben keinen Apfel. Scheiße. Das heißt, nächsten Tag einfach mal Bäume abbauen. Geht das auch mit Dschungelbäumen? Ja, klar. Nee, Dschungelbäume dropen keine Äpfel. Mit sichern. Normale Bäume. Zumindest würde es mich, würde es mich extrem wundern. Das heißt, wir müssen nichts gesehen. Ich meine jetzt so Minecraft-mäßig, wäre es ja eigentlich wohl ganz sinnig. Was? Wenn Dschungelbäume auch was droppen würden. Machen die aber nicht. Hilfe, Creeper! Fiss! Fass, ich kriege nicht Creeper. Ich habe Gold, ich habe Gold. Sinshot ist Gold weggesprengt. Awesome. Kack, Creeper, man. Wo wollen wir denn jetzt Eisen eisen? Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Nein. Wehe, du stirbst, gell? Ich gehe so drauf, Mann. Hat er das ganze Eisen mitgenommen, der Wichser? Hey! Du bist dann erst gestorben, sein Eis. So ein Arsch. Du bist ganz so vertraut, sich aufzumucken hier. Rächelt. Oh, Kravil. Wir haben Kravil gefunden, wir sind gerettet. Jawohl. Jetzt können wir uns Feile machen. So, ich brauche noch ein Eisen. Okay, ich habe richtig viel Eisen gefunden. Hast du eine Schaufel? Nee. Also, Daunty. Ja. Oh, Redstone, wir bauen ihn erstmals mit Redstone. Der hat sich bestimmt schon zu 100% mit irgendwelchen Eisenklamotten equipped und ich renne ja noch so mit Steinzeug durch die Gegend. Ich bin noch mit gar nichts equipped. Lass gleich mal so eine Pistentür bauen. Ja, brauchen wir unbedingt. So ein Geheimeingang. Sonst überleben wir nicht. Zehn mal zehn. Lehm ist ja das, ich würde mich ja auch gerne mit Eisen ausrüsten. Jedoch der Ofen hat noch nicht fertig gebrannt. Alles. Hä? Wo hast du denn in den Ofen? Um unsere Tode zu zählen. In den Ofen, der hier sowieso ist, oder was? Ja, da ist aktuell oben nochmal ein Fleisch drin. Im Ofen. Also, ich habe jetzt noch einen zweiten aufgebaut, wo ich gerade Eisen gebrannt habe. So zwei Stück, aber das... Zwei Eisen reicht nicht für... So. Das war ganz schön viel Kohle. Du hast zwei Öfen für zwei Eisen aufgebaut. Nein. Ich habe den zweiten Ofen aufgebaut, damit ich... Damit ich dann kochen kann, ohne dass ich deine... Deine Hexenküche... Diamanten! Ja, Cheetor. Das bringt uns nichts. Das ist ein kleiner Cheater, nicht wahr? X-Ray hier. Wenn wir alles... Ah! Gravel. Verdammt. Weißt du, man sieht es, wenn du gecheatet hast. Hä? Ja, ich weiß. Man sieht es später in Aufnahmen, wenn du cheatest. Ich habe heute gefunden. Das kannst du nicht verheimlichen vor uns. Ja, ja. Wir gucken danach. Ich habe nicht gecheatet. Nö, nö. Ja, ist klar. Das sagen sie alle. Und hinterher sind sie schwanger. Ey, geh weg. Was meinst du? Das ist so ein typischer Sprung. Creeper, hallo. Hallo, Creeper. Wo bist du, dass du immer die Viecher siehst? Ich bin in einem riesen Hüllenkomplex. Äh, nächstes Ziel für den nächsten Tag ist auf jeden Fall mal Wolle sammeln. Ah. Trololol. Trolololololololololololololololololololololololololololololololololo. Ich könnte mich ja auch irgendwie auch wenn ich mir wieder aus der Hülle retten, falls ich mich da irgendwie nicht mehr zurechtfinden sollte. Äh, nee. Ich mache immer ein bisschen Strip-Mining, ne? Und Volet! Nein! Na, Mann! Ich mache mal ne Schere am besten. Wie geht das? Zwei Eisen. Zwei Eisen diagonal. Okay. Ich habe Eisen gefunden. Das ist die Das war's. Das war's.